Wow, so cool! Ha, toll! Homni, willst du Jax zu deinem rechtmäßigen Ehemann nehmen? Das ist zu aufregend! Ich bin bei dir, Baby! Auf die Knie! Oh, das ist zu süß! Schatz, willst du meine Frau werden? Ich will! Dann nimm diesen Ring als Zeichen meiner Treue an! Glückwunsch! Wow, ich liebe dich! Ich freue mich für sie! Jemand beobachtet uns? Oh, hinter dir! War das echt? Was sollen wir tun? Warte, wir helfen dir! Warte! Das gefällt mir nicht! Besser sie als Kaufmo! Wow! Gut gemacht! Juhu! Oh nein, nur das nicht! Hast du jemanden vergessen? Wow! Wir sind in Schwierigkeiten! Wir werden sie beschützen! Ich glaube, es ist an der Zeit! Gib mir die Kinder! Das hättest du wohl gerne! Ja! Zeig es ihm! Wow! Wuhu! Wir haben gewonnen! Du bist so cool! Danke! Wir wollen so werden wie ihr! Das ist eine gute Idee! Warum nicht? Ich habe eine Liste für das Baby! Genau! Das ist für dich, mein Freund! Cool! Jetzt können wir mit dem Umstyling beginnen! Juhu! Hier ist alles, was wir brauchen können! Das ist genug für den Anfang! Lass uns keine Zeit verschwenden! Bald wirst du dich nicht mehr wiedererkennen! Echte Zirkusartisten wissen, dass Make-up sehr wichtig und auch schön ist! Aha! Einfach toll! Danke, Pomni! Und Rouge! Ich bin genau wie du! Das ist noch nicht alles! Was ist hinter deinem Ohr? Das ist Lippenstift! Lass uns den Look vervollständigen! Cool! Das gefällt mir! Das ist toll! Tschüss, Leute! Wir müssen los! Hey Baby, warum zitterst du so? Das kriegen wir schon wieder hin! Diese Farbe steht dir super! Danke! Es wird wärmer! Oh, ich habe immer noch keinen Pullover für dich gefunden! Oh, sieh mal! Vielleicht können wir spielen? Hauptsache, wir treffen den grünen Ball! Gute Idee! Lass es uns versuchen! Konzentriere dich und du wirst Erfolg haben! Ja! Ich bin bereit! Dann geht's los! Los geht's! Das war's! Jetzt oder nie! Wow! Ich hab's geschafft! Wow! Toll gemacht! Du hast es geschafft! Juhu! Oh! Hier ist dein Preis! Wow! Eine Nähmaschine! Das hat uns noch gefehlt! Au! Ah! Das reicht! Ich habe sie! Ja, das ist viel bequemer! Fädel es mit einer Nadel ein! Ja! Fertig! Baby! Probier ihn an! Und er steht dir! Danke! Es sieht toll aus! Und warm ist es auch! Gib mir fünf! Ein weiterer Punkt ist geschafft! Wow! Wow! Liebes Publikum! Jetzt kommt unsere große Show der Stars! Pony! Freifall für Jax! Hast du mich vermisst? Hopp! Alles wird gut! Ich habe einen Auftritt vorbereitet! Ha! Wer kann sie wiederholen? Wow! So cool! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren! Du bist echt cool! Jetzt bin ich dran! Zeit, Tricks zu zeigen! Wo ist es? Lasst uns Pony unterstützen! Ich habe es gefunden! Oh! Es ist ein Wunder! Wow! Das ist noch nicht alles! Hilfst du mir? Natürlich! Hier bin ich! Ha! Ha! Hat dir unsere Show gefallen? Jax, ich mache mir ein bisschen Sorgen! Ich habe alles im Griff, Schatz! Weißt du noch, was du tun musst? Hey, kannst du mir Rückendeckung geben? Natürlich! Sie ist verschwunden! Ist das nicht ein Wunder? Ups! Nein, nein! Da kannst du nicht hin! Baby, beeil dich! Ich weiß! Puh! Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein würde! Hey, Baby! Hm! Du brauchst auch eine Mütze! Daran habe ich gar nicht gedacht! Diese Fähnchen werden dir sehr nützlich sein! Toll! So glänzend! Einfach toll! Hilfst du mir, Baby? Jetzt machen wir dir eine Mütze! Schneide die Form der Hörner aus den Rohlingen aus! Jetzt brauchst du ein Stirnband! Biegen wir es! So stark! Aber ich bin stärker! Füge das Stirnband hinzu! Genau das, was wir brauchen! Lasst uns mit einer Klebepistole über den Rohling gehen! Ja! Wir können jetzt alle Teile verbinden! So! Einfach perfekt! Jetzt können wir dekorieren! Kleben wir einen goldenen Gurt ans Stirnband! Einfach schön! Willst du es anprobieren? Fertig! Wow! Du bist so cool! Oh Mann! So toll! Ja, aber es könnte besser sein! Wow! Jetzt bin ich genau wie du! Ich bin so froh, dass es dir gefällt! Noch eine Sache! Fertig! Und wir sind gut dabei! Gib mir fünf! Michael, wir haben die Ohren ganz vergessen! Wir müssen sie dringend reparieren! Nur eine Minute! Ich glaube, ich kann sie aus dem machen, was ich habe! Fangen wir an! Schneiden wir zuerst die Form der langen Ohren aus! Fertig! Danke! Schere! Die Ohren sind fertig! Jetzt müssen wir sie verbinden! Klebe sie an den Rand! Füge Stoff hinzu! Jetzt können wir schneiden! Fertig! Wollen wir es noch einmal wiederholen? Na, ich finde, es sieht gut aus! So, das ist alles, was du brauchst! Nun musst du sie nur noch am Stirnband befestigen! Wow, es ist einfach toll geworden! Michael wird es lieben! Baby, komm her! Ich bin hier! Wow, so cool! Vielen Dank! Können wir weitermachen? Ja, komm schon! Wie findest du das? Sehr lecker! Oh, das wollte ich nicht! Es ist okay! Aber du musst die Shorts wechseln! Und Eiscreme! Keine Sorge, das ist nichts! Uns fällt schon was ein! Wie wäre es mit einem Rock? Toll! Lass uns Magie hinzufügen! Und hier ist es! Und? Willst du es anprobieren? Einfach perfekt! Ja! Danke, Pomni! Das ist noch besser als Eiscreme! Was für ein cooler Tanz! Auf geht's, Baby! Wo ist Jax? Na, na, na! Ich bin auch hungrig! Ich will unbedingt einen Snack! Baby, wie geht es dir? Ich bin so hungrig! War sicher! Ich werde jetzt etwas suchen! Hier, bedien dich! Toll, danke! Der Overall ist klasse! Michael könnte einen gebrauchen! Und er steht auf der Liste! Es ist an der Zeit, auch für dich einen Overall zu finden! Du musst in die Umkleidekabine! Okay, ich mache es selbst! Ich bin kein Kind mehr! Tum, tum, chick! Darf ich reinkommen? Es hat geklappt! Der Jumpsuit ist einfach umwerfend! Und ich auch! Vielen Dank! Und du hast dir Sorgen gemacht! Oh, schau, da kommt die Schwester! Hallo, Leute! Oh, wow! Lass mal sehen! Es ist einfach toll geworden! Ja, genau! Ja, wir sind jetzt die Coolsten! Ja! Showtime! Komm schon! Lass uns unser Bestes geben! Mit Vergnügen! Lass uns gehen! Tschüss! Halt ihn auf, Kane! Juhu! Wir haben es geschafft! Was wirst du mit uns machen? Bring uns einfach nicht um! Macht euch keine Sorgen, Leute! Wir werden eine Familie sein! Stimmt's, Pumny? Absolut! Jetzt seid ihr unsere Kinder! Herzlichen Glückwunsch! Kommt mit uns! Hier wohnen wir! Macht es euch bequem! Ich hoffe, es gefällt euch hier! Lasst uns mit den Umgestaltungen beginnen! Ich habe auch eine Checkliste! Probiert sie aus! Warum nicht? Wir sind dabei! Bist du bereit für einen Auftritt? Großartige, Pumny! Hallo zusammen! Lasst uns eine richtige Show abliefern! Oh ja! Geh in die Kiste! Ich hoffe, alles ist bereit! Mach dir keine Sorgen, Schatz! Die Beine sind schon an ihrem Platz! Dann lass uns loslegen! Toll! Ich werde dir einen Sägetrick zeigen! Versuch das nicht zu Hause! Jetzt halt die Luft an! Ich werde Pumny in zwei Hälften schneiden! Tadam! Danke für eure Aufmerksamkeit! Ups, das ist aber schade! Nur eine Minute, Leute! Puh, ich hab's geschafft! Habt keine Angst! Alles ist in Ordnung! Schaut euch das Auge an! Was für ein Wunder! Ein Taschenspielertrick ist keine Täuschung! Oh, ich bin süchtig! Nur das nicht! Und jetzt Applaus! Na und? Hat es euch gefallen? Oh nein! Sie werfen mit Müll! Lass uns hier verschwinden! Ah! Ich kann nichts sehen! Hilfe! Ah, Papa! Was ist passiert? Vielleicht hilft das ja? Lass uns nachsehen! Das wird ein Spaß! Ich hoffe, er hat Sinn für Humor! Puh! Es war nur eine Jacke! Ich denke, sie wird dir stehen! Oh, danke! Du siehst toll aus! Genau wie ich! Wir können die Jacke durchstreichen! Warte, das ist doch nicht alles! Ich werde dir einen Trick zeigen! Pass auf! Die Flasche schwebt! Unglaublich! Wie hast du das gemacht? Hey! Was ist denn mit dem Stuhl los? Ich glaube, ich hänge fest! Ah! So lustig! Sind das deine Tricks? Magst du streicheln? Wow! Ich glaube, ich habe mir etwas einfallen lassen! Sieht aus wie dein Kiefer, aber uns fehlen die Zähne! Du brauchst mehr Calcium! Genau! Das ist es, was ich brauche! Was ist mit dem Heizband? Kannst du es in denselben Kiefer wie deinen verwandeln? Gute Idee! Lass es uns ausprobieren! Wir werden luftgetrocknete Modelliermasse statt Zahnfleisch verwenden! Zuerst den Unterkiefer! Jetzt benutzen wir die Flasche, um die Zähne herauszuschneiden! Jetzt stecken wir die Zähne ins Zahnfleisch! Bringen wir etwas Farbe in unser Design! Perfekt! Ich kann meinen Augen nicht trauen! Hier sind also ein paar für dich! Bereit! Willst du es anprobieren? Wow, so cool! Lass uns noch einen Punkt durchstreichen! Toll! Lass es uns gemeinsam tun! Baby, schau mal, was ich für dich gefunden habe! Willst du es anprobieren? Danke, Mama! Schau, ich habe einen Trick! Wir nehmen Glonk und werfen ihn in das Rohr! Und was ist der Trick? Jetzt wirst du es sehen! Lauf! Schau, er ist verschwunden! Wow! Ich habe den Rock ganz vergessen! Wir brauchen ihn später! Ich habe eine Idee! Schau dir mein Stirnband an! Lass uns ein paar Bänder daran befestigen! Bleib stehen! Super! Jetzt haben wir die Größen! Beeil dich! Schau, was wir haben! Zuerst ein paar Stoffstücke! Jetzt müssen wir sie nähen! Mit der Nähmaschine werden wir keine Probleme haben! Das wird auch nützlich sein! Du hast recht! Es wird ein Gürtel sein! Gefällt er dir? Dann lass ihn uns anprobieren! Du siehst toll aus! Jetzt lass uns ein paar Perlen hinzufügen! Und ein paar Dekorationen! Du bist jetzt wie ein Karussell! So cool! Ich liebe es! Ich bin so glücklich, Baby! Dieses Outfit bekommt 10 von 10 Punkten! Uns geht es wirklich gut! Aber es ist zu früh, um sich zu entspannen! Du hast ein schönes Outfit! Hier bist du! Wir haben dich gesucht! Das ist für dich, Baby! Wow! Ist das magisch? Cool! So talentiert! Genau wie ich! Wie findest du das? Cool, was? Oh ja! Lasst uns spielen! Ich bin voll dabei! Hau ab! Aua! Mein Auge! Was hast du getan? Magie ist kein Spielzeug! Lass es mit Pomni sein! Wow! So cool! Wow! Was für eine Schönheit! Du wirst immer dieselbe bleiben! Hey! Das ist nicht fair! Keine Zeit für Streitereien! Alle auf die Bühne! Helfer! Willkommen in unserer Show! Kommt rein! Wow! Wir sind bereit für die Show! Wir haben sogar die Tickets! Dann lasst uns anfangen! Oh nein! Versuch es! Hier ist eine Meerjungfrau! Hier ist eine Flosse! Will es noch jemand versuchen? Ach, das geht nicht! Was soll ich tun? Will ich es versuchen? Du! Oh, ich weiß, ich will nicht! Oh! Da ist ein Eingang! Es ist so cool hier! Wo ist sie hin? Du kannst nicht vor mir fliehen! Wo sind denn alle hin? Dieser Ort ist zu klein! Wuhu! Der Zauberstab! Oh! Oh! Kleins! Jum-Jum-Jum-Chick! Hier bin ich! Hey, ich bin kein Kaninchen im Hut! Warum funktioniert es nicht? Huh! Wir sind wieder zusammen! Wow! So ungewöhnlich! Ich habe die Beine! Erstaunlich! Aber ich muss mich daran gewöhnen! Hey, Jax! Du brauchst eine Verkleidung! Das steht mir! Danke! Viel Spaß! Los! Danke, Jax! Wow! So cool! Wie kann ich mich vor ihm verstecken? Na, na, na! Sie muss hier sein! Keiner kann sich vor meinem Detektor verstecken! Oh nein! Vielleicht wird mir das helfen! Ich verstecke mich im Fernseher! Okay! Ich muss mich der Umgebung anpassen! Hm! Was? Ein Mädchen? Ich muss mich beeilen! Oh, ich bin Michelangelo! Wer hat den Fernseher eingeschaltet? Quabanga! Ich traue meinen Augen nicht! Hol es! Autsch! Ich wusste nicht, dass es ein 3D-Fernseher ist! Oh, jetzt bin ich Ladybug! Das gefällt mir! Hey! Was ist denn mit diesem Fernseher los? Wer ist denn da? Oh nein! Er weiß es! Gut! Netter Versuch! Aber ich bin derjenige, der die Show auswählt! Warte! Ich habe das Mädchen gesehen! Sie ist da! Dann schieben wir es auf! Folge mir schneller! Und wo ist sie? Es ist niemand hier! Ups! Ich glaube, sie ist weg! Ich habe einen Plan! Ich werde etwas riskieren! Hey Kane! Du hast es fallen gelassen! Ich muss mich beeilen! Toll! Hey Kane! Hab ich dich? Oh, ich glaube, sie ist da lang gegangen! Oh, ich verstehe! Das hätte ich merken müssen! Los, schneller! Du gehst zuerst! Nur nicht das! Kane! Was soll ich tun? Was für eine tolle Show! Tschüss! Ah! Hey! Lass uns einander kennenlernen! Ich bin Pony! Ah! Du bist so unfreundlich! Ah! Ach, wirklich? Okay, dann muss ich dich wohl entfernen! Wo ist der Knopf? Nein! Endlich! Ich dachte schon, ich bin in großen Schwierigkeiten! Ah! Er ist hartnäckig! Lass mich raus! Ich muss weg! Nur das nicht! What? Meine Maske! Ups! Jax? Baby? Ich muss ihr helfen! Mir reicht's! Wir werden es wieder verschieben! Hey Kane! Willst du tanzen? Steh auf! Zeit, sich zu bewegen! Lass uns mit Tango anfangen! Und warum hast du gerade beschlossen zu tanzen? Glaubst du, wir brauchen einen Grund dafür? Mir schwirrt der Kopf! Es geht vorbei! Geh weiter! Aua! Meine Füße! Sei nicht so gemein! Wo ist die Fernbedienung? Ist sie hier? Ah! Es ist eine Ratte! Was ist das? Oh, ein Lippenstift! Mua! Ich habe denselben! Wir haben beide einen guten Geschmack! Ich fange an, ihn zu mögen! Wo hat er es hingelegt? Und was ist das? Oh! Das ist... Zu viel! Woher hast du das? Gib es zurück! Uah! Okay! Oh, Checks! Ich habe Besuch! Ich kann ihn nicht loswerden! Das kannst du gar nicht hoffen! Hilf mir! Gib mir eine Minute! Hey, Gloinx! Du wirst mich nicht fangen! Was ist mit dem Stierkampf? Du kannst nicht gewinnen! Das wirst du mir büßen! Pass auf! Aha! Ich hatte recht! Wow! Du bist unglaublich! Los geht's! Gut gemacht! Nimm diese Unsichtbarkeitsumhüllung! Willst du sie anprobieren? Funktioniert sie? Danke, Checks! Ich werde sie brauchen! Wow! Du bist durchsichtig! Tschüss! Ich liebe Donuts! Meine Lieblingssüßigkeit! Was könnte besser sein? Wo ist das Badezimmer? Der Arzt hat gesagt, ich darf nichts Süßes essen! Oh, das wird mich retten! Puh! Das war knapp! Ich muss raus! Schneller! Oh, ich glaube, jetzt kenne ich seine Schwäche! Das kann helfen! Ich muss mich fertig machen! Komm raus, Cain! Ich fordere dich zu einem Kampf heraus! Darauf habe ich gewartet! Dann nimm die Herausforderung an! Puh! Ich bin so erleichtert! Wo habe ich aufgehört? Pommi? Lass uns kämpfen! Mit großem Vergnügen! Verteidige dich! Puh! Ich bin vorbereitet! Glaub nicht, dass es so einfach sein wird! Oh! Ich werde dich nicht gewinnen lassen! Wie gefällt dir das? Nur keine Süßigkeiten! Puh! Leg dich nicht wieder mit mir an! Ich nehme das! Es ist Zeit, das Baby zurückzubekommen! Wuhu! Danke! Danke! Baby! Hallo! Es ist Zeit zu gehen! Wuhu! Ich bin wieder in der Unterwasserwelt! Komm zu mir! Nicht so schnell! Das lasse ich nicht zu! Ihr werdet euch nie wiedersehen! Baby! Vergiss sie! Die neuen Shows warten auf dich! Los geht's! Hier! Das sind deine Kollegen! Oh! Kommt zu uns! Seid ihr das? Okay! Hallo zusammen! Willkommen in unserem digitalen Zirkus! Los geht's! Meine Damen und Herren! Verpassen Sie nicht ihre Chance! Ich habe so lange darauf gewartet, hierher zu kommen! Eure Tickets! Kommt rein! Na na na! Du kommst hier nicht rein! Aber ich habe ein Ticket! Was ist los? Du kannst nicht lesen? Nein, Streber! Das ist nicht fair! Und wer ist das? Hey Baby! Lass uns spielen! Aber wie? Du wirst einen Joystick brauchen! Toll! Versuchen wir's! Aber wo soll ich drücken? Wow! Hallo Baby! Willkommen! Gefällt dir dieser Ort? Wie bin ich hier gelandet? Wir sind fast beim Zirkus, aber du musst die Tür öffnen! Ist es wirklich dieser Zirkus hinter ihr? Siehst du, wir schaffen es nicht! Wir schaffen es nicht ohne dich! Bitte hilf uns! Ähm, okay! Aber nein! Ich werde dich nicht reinlassen! No! Nein, nein, nein! Wen sehe ich denn da? Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht reingehen kannst! Was sollen wir tun? Mach keinen Mucks! Regatta, habe ich dich nicht gewarnt? Jetzt zeig, was wir geprobt haben! Der Tanz der bezaubernden und unglaublichen Regatta! Was immer du sagst, Kane! Ich bin bereit, den ganzen Tag zu tanzen! Ups! Ah! Schon wieder? Tut mir leid, Chef! Ich bring's in Ordnung! Es reicht! Pomni, komm schon! Gib uns eine richtige Vorstellung! Ja, Sir! Aua! Mein Arm! Du kommst auf die Müllkippe! Nur das nicht! Das war dein letzter Outfit, Pomni! Hey, stopp! Es tut dir jetzt schon weh! Was? Wer bist du? Wie kannst du es wagen zu sagen, dass ich falsch liege? Du hast kein Recht, ihnen das anzutun! Sie sind nicht deine Spielzeuge! Lass sie gehen! Ich habe eine geniale Idee! Jetzt bist du ein neues Mitglied im digitalen Zirkus! Hey! Du wirst Pomni ersetzen! Abgemacht! Moment mal, meine Damen! Noch eine Überraschung! Seht mal! Vereil dich! Was war das? Hey du! Lass den Meister nicht warten! Lauf! Oh! Pomni? Oh, wer ist das? Hallo Mädels! Sei vorsichtig, Glanz ist hier! Wovon redest du? Du bist ein Nichts, Jax! Wir werden mit dir fertig! Nur das nicht! Hilfe! Halt! Lass ihn, oder es wird noch schlimmer! Lass uns gehen! Ich kann das nicht tun! Ich helfe dir! Halt dich fest, ich hole dich raus! Du willst Ärger, Jax? Halt dich von meinen Freunden fern! Das ist besser! Wir müssen sie packen! Spring! Runter! Schau sie dir an! Sie passen zusammen wie ein Puzzle! Nimm es! Das könnte nützlich sein! Toll! Ich habe eine Idee! Lass sie uns zusammennähen! Lass uns anfangen! Jetzt verbinden wir die genähten Teile und fügen einen Rahmen und eine Schnalle hinzu! Der Hock ist fertig! So klebrig! Baby, ich glaube, er wird dir wirklich gut stehen! Wow! Du siehst toll aus! Warte auf mich! Ich halte es nicht mehr aus! Jetzt lässt du mich in Ruhe! Oh, ich habe dich gesucht! Sieh mal, was ich habe! Lass uns unseren Trick wiederholen! Ragatta, du bist die Erste! Das mache ich nicht mit! Ich werde es versuchen! Ist alles bereit? Du wirst es lieben! Eine Kettensäge ist viel effektiver! Jax, bitte nicht! Ich flere dich an! Schnapp sie dir! Jax! Ich kümmere mich um sie! Und jetzt der Trick! Was machst du da? Die arme Ragatta! Tada! Wow, ich bin so groß! Ich habe dir doch gesagt, dass es super wird! Was sagst du? Mein einziger Freund! Ich werde dich vermissen! Mach das nicht noch einmal! Warum weglaufen? Okay, wir bringen alles wieder in Ordnung! Das Klebeband wird seine Wirkung nicht verfühlen! Sie wird so gut wie neu sein! Wirklich? Kann ich schon aufstehen? Ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen! Du bist wieder da! Kein Grund zur Sorge! Ich bin ein Profi! Ragatta! Bist du bereit? Wir müssen wieder rein! Baby, wir haben eine Mütze für dich! Wow! Vielen Dank! Ich fühle mich schon wie ein Star! Warte doch mal! Wer ist da? Ich werde es herausfinden! Lass das! Warum? Was ist darin falsch? Oh nein! Warte! Hey! Ah! Blau! Es ist Kaufmo! Du musst dich verstecken! Es ist so unheimlich! Habe ich dich! Schnell, Apomny! Hoffentlich merkt er es nicht! Wo sind sie hin? Willst du Verstecken spielen? Hey! Ich habe dich gefunden! Apomny! Armes Ding! Ich kann nicht hinsehen! Halt durch! Apomny! Hör auf zu schreien! Hey, was ist denn hier los? Officer, unsere Kollegin ist ohnmächtig geworden! Und dieses Schwert! Pst! Der Detektiv ist an dem Fall dran! Ich werde den Fall aufklären! Die Erstverdächtigten sind Kane und Ragata! Hey, wo bin ich? Du bist beim Verhören! Das ist besser für dich, wenn du kooperierst! Wir haben dein Auge gefunden! Oh, wo ist es? Bitte gib es mir zurück! Hör auf, mich anzufassen! Ich glaube, ich habe es gefunden! Vielen Dank! Ich habe schon so lange danach gesucht! Oh nein, wie macht sie das nur? Ich habe es angenäht! Viel besser! Hey, hallo Officer! Hör auf! Ich brauche Antworten! Jetzt, wo ich es sehe, kann ich etwas tun! Ah, so! Wow! Gefällt es dir? Ist das wirklich für mich? So schön! Danke! Lass mich dich umarmen! Lass uns beste Freundinnen sein! Das bist definitiv nicht du! Darf ich gehen, Officer? Natürlich! Tschüss! Sie ist so süß! Freunde für immer! Hey, was ist das? Woher kommt das? Eine riesige Bürste? Wie verdächtig! Wem gehört sie? Ganz genau! Sie ist definitiv von Kane! Aber ich brauche Beweise! Ja! Und hier ist es! Ich wusste, dass ich es irgendwo gesehen habe! Jetzt kann er nicht mehr davon kommen! Wie sehe ich aus? Toll! Genau das brauche ich! Komm schon, beweg dich! Hey, ganz ruhig! Ich habe nichts Schlimmes getan! Oh, jetzt werden wir es herausfinden! Sag es mir! Aua! Hör auf! Sieh mal, was ich hier gefunden habe! Ist das deine? Es wäre so schlimm, wenn... Oh, fast hätte ich es fallen lassen! Wenn deine kostbaren Zähne bestätigt werden! Du willst doch nicht, dass das passiert, oder? Bitte nicht meine Zähne! Geständnis! Officer! Hinter deinem Rücken! Was ist da? Wow! Ah! No! Puh! Was war das? Ich bin gerade noch entkommen! Wo willst du hin? Wir lassen dich nicht gehen! Hey, was machst du da? Du hast kein Recht dazu! Wir haben noch einen Verdächtigen und das bist du! Aber ich bin es nicht! Du musst es beweisen! Wir werden die Wahrheit aus dir herausprügeln! Tu das nicht! Ich kümmere mich um sie! Du steckst in großen Schwierigkeiten! Schau hinten! Das kaufen wir dir nicht ab! Hä? Wer ist das? Oh nein! Du steckst in Schwierigkeiten! Ah! Ah! Was machen wir jetzt? Binde mich bitte los! Ah! Schneller! Rutsch schon! Lass uns rennen! Folgt mir! Puh! Das war knapp! Wir können ihn nicht rennen lassen! Ne toll! Jetzt kommt er nicht mehr vorbei! Was war das? Wir müssen hier weg! Ich habe Angst! Was war das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017